Das aktuelle Wetter in Kurzform, heute am 15. August 2024, ist 8 Uhr und 5 Minuten. Wir haben 23 Grad, keinen Wind, keine Wolken. Die Höchstwerte werden heute erwartet um 31 Grad, die Höchstwerte waren es heute nach 20 Grad. Um 7 Uhr 31 war Sonnenaufgang, um 20 Uhr 39 ist der Sonnenuntergang. Zu den Gezeiten am Strand von Maspalomas. Um 10 Uhr 31 ist Hochwasser und um 17 Uhr ist Niedrigwasser. Weit und breit nicht eine Wolke zu sehen, außer der kleine Streifen hier links. So, und das komplette und ausführliche Wetter, das gibt es gleich hier anschließend. So, und die Höchstwerte wurden jetzt gleich part prays forth. So, und das wird Rohr im Großen hier tubingfunkern. Mit der Höchstwerte documents frente vor schönem!